Hallo, ihr Lieben, ich bin Janine Ullmann und vielleicht geht es euch ein bisschen wie mir. Ich liebe es, wenn die Sonne scheint und das tut sie gerade. Man sieht es da ein bisschen. Schönerweise, dann geht es mir immer gleich viel besser und das Wohlbefinden steigert sich. Das ist ja jetzt im Winter dann wirklich Gold wert, vor allen Dingen, wenn es draußen schneller jetzt dunkel wird. Und wenn das so ist, dann mache ich es mir einfach dringem gemütlich und zwar mit sehr warmem Licht. Und um genau dieses Licht, das uns Energie gibt, geht es jetzt auch. Nämlich darum, dass wir alte Lampen, alte LEDs nicht am Hausmüll entsorgen, sondern an einer Sammelstelle abgeben. Und wo ihr die findet, das ist ganz verrückt in diesem Internet da drin, nämlich unter sammelstellensuche.de. 90% der Lampenbestandteile werden dann nämlich recycelt. Also wir können damit unsere Umwelt schonen und ich danke euch, wenn ihr das macht. Und wo ihr passt! Untertitelung des ZDF, 2020